Steig mit ein, sei dabei, wenn wir Cruisern fahren. Wir haben Spaß, geben Gas auf der Autobahn. Wir sind verrückte und tun Dinge, die sonst keiner tut. Das ist unsere Tuning-Szene. Wir haben Benzin im Blut. Ladies and Party People, willkommen. Ja, der Herr Wettler fährt heute mal mit hier, der Brülli. Der Fischdose und ich habe den Namen vergessen. Von Lukas. Ach ja, der Lukas. Ja, genau. So, gut noch. Zwei andere hier irgendwo. Was mache ich eigentlich hier gerade? Das geht hier voll ab. Oh, ich bin da hoch. Ich weiß wieder, welche Drennen da sind. Ja, oh. Wir sind das letzte Mal gefahren, der hat aber die Playstation nicht aufgenommen. Ah, schön. Dann kriege ich jetzt vielleicht mal die ganze Strecke hier drauf. So, ab in den Boardwein. Das weiß ich noch. Danach wehende. Oh, Alter. Wahnsinn. Oh, nichts. Wisst ihr das? Lukas macht keinen Scheiß. Oh, der hat meinen Witschern. Der hat meinen Witschern. Nicht gut. Gar nicht gut. Hau ab. Wer ist erster? Wer ist erster? Nein, was ist hier los? Voll geil. Ich habe es nicht drauf gehört. Ich habe es nicht gesehen. Er hat einfach völlig nie aus der Röhre gewachsen. Wie bist du denn? Wow. Alter, man baut den so was, ich war ganz ehrlich hier. Oh, oh. Du machst das, oder? Oh, oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Komm ich noch drüber? Ja, ja, ja. So, genau so war ich. Das ist super geil. Ich bewege mich. Ich liebe mich. Wo sind sie alle? Komm mal. Komm, der Schiff hier. Ja, ich vergab ihn. Du wolltest auf Sandrecken fahren, habt ihr gesagt, oder? Ich habe mich irgendwie vorgebrillt, habe ich mich. Ich mache keine Paktik hinter mir. Woah, da ist mein Aufmerksamaterial, was war das, ey? Woah, wohin? Alter. Ich glaube, ich hatte mein Windschatten gerade. Ich habe keine Ahnung. Ich fliech hier. Woah, wo hin? Woah, wo ist es? Ich bin, keine Ahnung, ich bin, ah, jetzt dreht er sich, warum drehst du dich denn? Ich hab heute ein Fech, das ist nicht mein Tag, das ist einfach nicht mein Tag, nein. Ja, leider ist gerade die Flasche leer, jetzt weiß ich aber, warum ich gerade verliere hier. Ja, da hat diese damaligen Fehlerbrennen begraben sollen, muss man ihn überholen, ich hab den Rest so gewinnt. Ich bin schon nie, Spielball, das machst du nicht, Alter, warum bremst du nicht so ab? Man kommt nach vorne, irgendwas passiert nach vorne gleich. Hier war Lisa Obo und das ist ein Ballreit. Scheiße! Scheiße, ist nicht so. Und hat's gehört? Ja, wunderbar, DJ Kürung, Runde 2, nein. Scheiße, ich brauche hier. Warum hab ich denn zwei Runden eingestellt, ey, warum bin ich denn so doof? Lass mich raus. Ich glaub's nicht, ey. Ich verspring so fort, aber was geht das? Ja, wir gehen nicht zu, wo hier noch? Ja, genau. So, DJ Marmaigan hier, ab in den Ballreit. Voll geil, voll geil, das drehst. Und jetzt ist er schon gefahren, ja, nur, ich konnte mich leider nicht mehr daran erinnern. Ich muss ja da gleich mal aufschreiben. Aber ist geil, ist geil. So, diesmal nehme ich die Felsen für mich. Komm, Mann, wir sind die Röhre, ja, voll ja. Ich bin nicht. Oh. Ja, Bro, so was Glück, dass sie jetzt ein Weg hat. Oh, dann hat die mitfahren, ja, Alter. Boah, was heißt das für ein Schacht, ey. Das ist doch Wahnsinn. Das wird da verlieren, ja, das liegt eine Rolle. Oh, oh, ich glaub, das war zu weit. Ich glaub, das war zu weit. Ich glaub, das war zu weit. Krass. Hey, ich komm noch drauf. Oh, ich hab den Bremsen. GAS, 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 GAS. Wie man wissen, was ist das? Das war schade, ich war hier vorne wieder ganz alleine. Vielleicht machen wir einen kleinen Schnitt hier. Schnitt. Und den Rest gucken wir mal auf, wenn man das auflässt. Ein bisschen Musik hinfallen, obwohl es da eigentlich zwei Runden, fünf Minuten kommt. Okay, geht, geht, geht. Da gibt es ein Video, da müssen wir noch einen dranhängen. Mann. Ich fliege schon wieder so weit. Warum fliege ich schon wieder so weit? Das ist also ganz schön hoch hier. Ich fliege doch nicht so weit. Alles klar. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ja, ist ja gut jetzt. So. Ich bin wieder hinter dir. Stopp. Was von alles? Ich bin zweiter halt. Wovon träumst du? Ich bin hinter mir gar nichts. Ja, ich bin heute zweiter. Zweiter halt noch nicht hinter mir. Was ist das? So. So. Ich werde das gewinnen und dann in der Zeit, wenn du entziehen werden, holen wir den Bier. Jawohl. Ja, und dann, und dann. Was geht? Komm, den Kuro nimm auch mit hier und ab in den Bordereich wieder. Jawohl. Das ging mir so geil. Ab geht die Party. Ich kann's. Ich kann's mittlerweile. Ich bin wohnreich geeignet und ab in den Ziel. War schön mit euch. So, Party People in den Kühlschrank. Ah, duke. Ja, hat der DJ schon wieder gewonnen. Habe ich dem Proto ja gesagt? Der glaubt mir ja nicht. Ja. Ja. So viel. Na, wir haben ihn extra gewinnen lassen, gell? Ja. Oh, ist aber nett. Oh. Ich hoffe, ihr habt das alle gehört. Aus Mitleid. Ja. Ja. Congratulations. Fast round. Thanks. Hahaha. Ja. Tschüss. War schön. Dankeschön und auf Brülli sehen.